Guten Tag, ich und es wieder euer Lars Ja, euer Lars mit einer neuen Folge um sie zwei Mein Lenkrad ist gerade schwammig und zwar mit dem Megaball Genau, guten Tag, wir kennen uns ja schon Ja Ähm, so, heute erkläre ich euch mal wie man einen Scania-Bus startet, Türen aufmacht und dann fahren wir mal eine ganz kleine Linie, oder wir fangen an Äh, nein, ich mach nochmal ein Tutorial darüber mit dem Mercedes Facelift Das kommt auch noch bald Jetzt kümmern wir uns erstmal um den Scania So, da ist der Scania-Bus Ah, ja Mensch, es geht uns vor, aber auch lange Genau Weil ich sage, ich bohren der Bus Das ist der halt Äh, ja Äh, ja, so, das ist der Bus Der sieht schick aus, finde ich jedenfalls So, als erst drücken wir dann halt F1 Dann kommen wir hier in die Fahrerperspektive Ja Ähm, das wichtigste Warnblinker So, als erstes drückt ihr einmal E Dann dreht ihr das Schlüssel einmal Von Parken auf, keine Ahnung Vorbereitung für Zündung oder so Halt dann noch einmal E drücken Geht die Zündung an Noch einmal E Dann geht das Display an Und der baut schon langsam Druck auf Und dann drückt ihr Ne, dann haltet ihr E gedrückt Und jetzt ist der Bus an So, dann drückt das Gas Und so Vordruck zu gering Falls das kommt Einfach Gas gedrückt halten Ein paar Sekunden So, jetzt ist das Zeichen weg Jetzt okay So Bei diesem Bus ist es so Ihr drückt Bremse Und drückt dann Drive Dann springt der Gang rein Wer jetzt auf Neutral hat Und dann einfach Drive drückt Springt halt nicht über Ihr müsst wirklich Bremse Gedrückt halten Und dann Drive Nach vorne Ja So So, bevor wir jetzt Rollen wir nicht Hier ist Licht So Ähm, was gibt's noch Ja, die Türe kommen wir gleich zu Ja Würde ich sagen, fahren wir einfach mal ein paar Meter Feststellbremse lösen, tut ihr mit Den Punkt Auf der Tastatur So Jetzt kann man einfach Gas geben Und er fährt So So Ähm, halt Hier ist Linie Für die Linie 17 Gut So, wir gehen hier rein L ist Licht Hab ich jetzt vergessen So Dann wieder Punkt Dass er stehen bleibt Weil Wenn ihr jetzt so loslässt Rollt ihr die weg Also Kommen sie wieder rein Gut, jetzt kommen wir zu den Türen Hier Ist Tür Ne Hier ist kein Türfreigabe Das ist Jetzt Ähm Weiß ich jetzt nicht Hiermit kann man alle Türen gleichzeitig schließen Das ist Türfreigabe Hier könnt ihr die Türen hier vorne sperren Aua Also wenn ihr hier drauf drückt Geht die erste Tür auf Zweite Dritte Tür So Ich hab das halt auf mein Lenkrad jetzt Ich hab das halt auf mein Lenkrad jetzt Seit welch hier meine Knappe drücke Gleich hier alle einzeln zumachen So Kann man hier aufmachen Das ist ganz klar Das ist ganz klar Dann kann man vom Bus Design Also erst Eigentlich finde ich ganz gut Design Auch von oben Hier vor allen Dingen Durchsicht dem Dach Das finde ich sehr, sehr gut gemacht Das ist der Bus von in Der hat einen Schimpf Ich will jetzt sagen Schimpf So Wir sind jetzt auf dem Im Gelenk, okay Das Gelenk mit den zwei Lampen Oh, schuldigung Ich will noch was niesen Sind halt Danke So Diese zwei Lampen finde ich sehr schön gemacht Ja Ähm Wirklich bis ins Detail verarbeitet Oh, was ist denn hier heute los? Sekunde Ich muss nochmal niesen Ach Gott Und nochmal Gesundheit Danke So Ja, wir können hier halt In der Switch Hier sind sich jetzt ganz hinten auf der Rückbank Das finde ich halt schade Dass hier keine Scheibe ist Jetzt mal hier vorne Zwischen der Ritze Okay Also, ansonsten ist da halt ein schön Display hier noch Ja Okay Drücken wir wieder F1 Dann kommen wir in die Fahrerperspektive Dann nehmen wir eine feine Linie Hier 17 Noch 2 Genau Ähm Okay Ähm Linie 17 Los Hanger So Jetzt müssen wir eigentlich alle angeschossen Genau So Ich kenne jetzt leider Leid Der zur Schärf ist jetzt sagen kann Nicht die ID Vom Fahrscheindrucker Es aber bei jedem Scania-Bus halt anders Sekunde Ich muss halt nur was einstellen Ah ne Falsch Fahrschein Verkauf Ein Auf So So Dann drückt hier auf den Pfeil-Tasten Einmal Zweimal die Taste rechts Dann drückt hier halt nochmal Die Tür auf So Hallo Guten Morgen Guten Morgen Hallo Dann drückt hier auf den Pfeil-Tasten Und dann drückt hier auf den Pfeil-Tasten Dann drückt hier auf den Pfeil-Tasten Das sind ein Blinker Was ich dann vergessen zu sagen 7 und 9 Uhhh Halt, weil es noch nicht angegeben einfach mal ein bisschen Gas Dann drückt hier auf den Pfeil-Tasten Dann drückt hier auf den Pfeil-Tasten Dann drückt hier auf den Pfeil-Tasten Reinschicken Die kann sich aber mal ändern Es soll sich nicht ändern Aber Kann mal passieren Uiuiui So Jetzt einfach wieder die Tür aufmachen Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen Guten Tag Hallo So Jetzt sag ich mal Es will einer raus Mach dir aber die Tür da auf Und da hinten Dann weiß ich nicht Wo die aussteigen wollen So Ja So Das macht nachher hinzu Ja Das ist jetzt Keine Ahnung warum Aber Das haben wir halt Nicht gedacht Ich bin auch schon da durch Also ich finde die Entschuldung Jetzt wird es korrig Jetzt Ich werde euch mal zeigen Wann hier schnell ist Ja Also ich finde ihn sehr wendig Oh ja Er fährt ja toll Ja okay Ich finde halt nicht so gut Wendige Busse da hinten Ne Also Ja 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 Morgen Guten Tag Hallo Hallo Schönen guten Tag Hallo Schönen guten Tag So Ja Ja Das war eine Schranke Ist irgendwie nicht ein ganz fertig generierter Großartes Oh Jetzt habe ich wieder Auto Ja Ja Ich war jetzt auf den Lenker Ich war richtig schnell Das war's mit meinem Video Und Tschaui Toto Heee Heeeh 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 Heeee